Herzlich willkommen zurück bei Blackguards. Wir sind immer noch in der Gladiatoren-Arena, aber diesmal spielen wir gegen, wie er sagte, der Marvin hier oben, der da hier oben steht, hier oben, der sagte, dass wir gegen unsere Spiegelbilder kämpfen. Und das ist natürlich höchst unangenehm. Tatsächlich sieht es so aus, als hätten wir einen Magier, einen Fernkämpfer, einen mit einem Speer, eine Gladiatorin, also so richtig Spiegelbilder sind das nicht. Wir haben nur einen Zwerg einfach dabei, beziehungsweise als Gegner. Hier sind bewegliche, sich drehende Bäume. Das heißt, die werden hier irgendwie entlangfahren, nehme ich an. Ich muss alle meine Leute hier so ein bisschen wegziehen. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, was hier die richtige Strategie ist. Einerseits muss ich mich natürlich vor diesen Bäumen in Acht nehmen. Andererseits sind hier wieder anscheinend überall Fallen aufgestellt. Und wenn ich das richtig interpretiere, müsste ich hier eine sein, da eine sein, hier eventuell, da, hier. Also immer wieder so ein Raster wäre das eigentlich. Wir können das ja mal ausprobieren. Also hier und hier müsste eine sein. Also hier müsste frei sein. So. Hier müsste auch frei sein. Da dürfte frei sein. Und hier müsste eine sein. Hier hin und da hin. Okay. Okay. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Einfach mal so. Dann haben wir hier noch eine Art Lebenstrank. Wenn das jetzt blau so stimmig ist wie beim letzten Mal, dann würde ich mal denken, dass das Lebenstrank ist. Ähm. Eigentlich müssten wir hier... Ah, sind das zwei? Ja, das sind zwei Felder, ne? Wenn der jetzt hier steht, der Baum, dann trifft der auch hier hin. Also hier in der Ecke kann ich leider auch nicht stehen. Lohnt sich jetzt auch momentan gar nicht. Unbedingt. So. Wo wäre... Hier müsste eigentlich frei sein. Und hier auch. So. Aber da muss ich noch einen weiter gehen. Hier hin. So. Und da kann ich schon mal die ersten anschießen. Die Frage, ob ich jetzt noch erst mein Falkenauge drauf lege. Ich glaube, ja. So. Hier bin ich auch durch dieses riesige Ding einigermaßen gefeit. Oh, hier. Oh, der bewegt sich jetzt sogar zweimal. Der hat sich aber nur einmal bewegt. Wenigstens kein Gift. Hauptsache kein Gift. Diese Giftsachen, die sind echt unangenehm. So. Sergeant Rumpel. Hier müsste einer sein. Und ich glaube, hier in dieser Reihe sind keine Fallen mehr. Deshalb kann ich jetzt hier hinlaufen. Und da hinlaufen. Und hier könnte ich auch schon wieder zaubern. Jetzt ist die Frage, ob ich hier nicht mal lieber irgendwas anderes zaubere, beziehungsweise noch ein bisschen abwarte. Mir ist das irgendwie... Beziehungsweise ich werde einfach dem... ihm hier... Wie viel hat das? Ach, jetzt kann ich da nicht wieder hinzaubern. Das gibt's ja gar nicht. Dann pass auf, dann warte ich jetzt hier einfach. Der nächste ist... Der nächste ist... Surbaran. Hier wäre einer. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier die letzte Reihe an Fallen ist. Es könnte natürlich sein, dass hier auch noch eine ist. Aber dann müsste ich hier schon auf einer draufstehen. Das heißt also, das ist eigentlich relativ safe. Da gehe ich mal hier hin. Hier... Da müsste eine sein. Hier dürfte keine sein. Hier auch nicht. Beziehungsweise bis hierhin könnte ich eigentlich laufen. Hier müsste eine... Hier müsste eine sein. Und hier müsste eine sein. Das heißt, ich laufe da hin. Und hier hin, da bin ich safe vor dem. Und stehe auf keiner Falle. Bin mal gespannt, ob das alles so stimmt, was ich hier mir ausdenke. Da bewegt er sich auch zweimal. Oder vielleicht sogar dreimal? Oder doch, der hat sich dreimal bewegt, ne? So. Naurem selbst. Warte mal, stimmt das hier jetzt überhaupt? Doch, stimmt. Kann sich hier hinstellen. Hä? Wieso ist da jetzt eine Falle? Die müsste hier sein. Und dann hier. Dann stimmt dieses Pattern nicht irgendwie. Verdammt. Denn jetzt ist der wieder... Ah, wie ich das hasse. Und die natürlich überhaupt nicht. Die laufen alle schön... Oh, eins. Zwei. What? Wieso bewegt er sich zwei jetzt nur? Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Dann ist das hier irgendwie... Äh... Wie man gerade lustig... Wie das gerade lustig ist vielleicht. Aleatorisch. Wie man es so schön sagt. So. Wo ist der Clarum Plurum? Hier. Hätte ich vielleicht noch mal bewegen sollen, den Sergeant, ne? So. Meistens warten. Eins. Zwei. Zweimal bewegt. Was war das denn? So. Die sind jetzt alle in Position. Und er kann irgendwie nicht so richtig was machen. Er könnte jetzt natürlich versuchen zurückzulaufen. Das ist die Frage, ob ich hier zum Beispiel über den Zwerg drüber angreifen könnte. Also ich glaube, ich muss zurücklaufen. Das bleibt mir auch gar nichts anderes übrig. Ach Gott. Mann. Wie das nervt. Diese Fallen. Die nerven mich grad tierisch. Oh nein. Und jetzt auch noch diese Hotspot-Scheiße. Der hat jetzt tatsächlich den Heiltrank dem Naurem gegeben. Alter Schwede, bin ich jetzt genervt. Genau. Sergeant Ruppel steht da hier gefährlich. Oh, der steht da auch gefährlich. So. Jetzt werde ich mal den Sergeant hier hin bewegen. Dann ist allerdings die Nieren verdeckt. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. So. Und jetzt. Jetzt mal den richtigen. Jetzt er hier. Imsen. Schlackern wir mal hier mit einem Flammenstrahl raus. Wie soll man sich hier auch konzentrieren? Funktioniert ja alles hervorragend. Wollen wir nicht anders sagen. Ich muss mal stehen bleiben und sich gar nicht mehr bewegen. Am besten. Endlich mal. Jawoll. Noch einen. Schade. Sieben Giftschaden. Alter Schwede, ist das viel. Boah. 14. So. Wer ist dran? Und ausgewichen. War ja klar. Sie steht auch viel zu nah dran. Das heißt also, sie kann hier gar nichts helfen. Aber vielleicht kann ich den hier angreifen. Ne, natürlich nicht. Aber ich könnte mal einen Zauberspruch absetzen. 30% Chance. Hm, hm, hm. Was hat sie denn noch hier an Zaubersprüchen? Nicht viel. Dann mach ich da nochmal auf mich selber hier so ein... So ein Ding drauf. Können die sich mal vielleicht wieder wegbewegen? Sergeant Rumpel. So. Ähm, wie sieht's denn eigentlich aus? Der hält hier noch sehr viel. Der hält hier auch noch relativ viel. Der hier hat wenig. Wenn ich jetzt meine Zauber raushaue für Schaden... Das ist gefährlich, sowas. Sagt mir nicht, dass ich die nicht angreifen kann, ey. Damit. Hier kann ich nicht hin, weil die sich gleich bewegt. Ich kann hier nirgends hin. Irgendwie. Boah, ist das ätzend hier. Dieser Kampf ist ja echt bisher der widerlichste, den ich bisher hatte. Welcher ist denn, der da so wenig hat? Das ist einer hier hinten. Kann ich den denn angreifen? Nö. Natürlich nicht. Lohnt sich aber tatsächlich auch vielleicht eher hier nochmal den Clarum Plurum draufzusetzen. Schön auf die Hälfte draufgeschlonzt. Und er hier muss auch schauen, dass er... Boah. Das ist widerlich. Und ich weiß einfach nicht genau, wo die fallen sind. Die könnten hier sein. Könnte aber auch nicht... Kann ich mir selbst einen Clarum Plurum geben hier? 46%. Ich versuch's einfach mal. Ja. Gott sei Dank. Das hat nochmal geklappt. Natürlich. Er weicht einfach aus. So, Naurim. Schlag zu. So stark du kannst. Guck mal, der ist immer noch... Na, immerhin. Oh, beinahe wäre der Zauberer hier ganz weg gewesen. Das läuft aber mal. Aber die... Die laufen einfach nicht auf die... Auf die... Auf die Giftfelder drauf. Und ihn konnte ich jetzt hier nicht entzaubern anscheinend. Alter Schwede, hey. Die ist einfach viel zu krass. Ist er schon tot? Ja, er hat null. Und dafür treffen meine einfach zu wenig. Schaut euch das an. Ich habe jetzt drei Stück. Und, äh... Ich kann nichts machen. Und hier wird alles verdeckt. Und das ist zu nah. Und das ist zu nah. Ach, komm schon. Ich muss doch irgendeinen davon treffen können. Gibt's doch gar nicht. Ich kann keinen einzigen treffen. Gott sei Dank bin ich da nicht hingelaufen. Das ist ja ein leichter Positionskampf hier gerade. Sehr nebenswürdig. Und direkt ist Zauberan wieder dran. Und was kann er machen? Ich kann überhaupt gar nichts machen gerade so richtig. Das ist irgendwie ätzend. Der hier hat sich jetzt gerade bewegt. Eigentlich müssten sich jetzt die anderen zwei bewegen. Deshalb werde ich jetzt was riskieren. Mit ihm. Und hier einfach hinterlaufen. Das dauert jetzt ja ein bisschen, bis die sich wieder bewegen. Also auf unserer Seite die. Und nur leider ist auch Naurem nicht gerade gut bei Sache. Alter Schwede. Der wird auch eher in die Mangel genommen von Zweien. Ja, die bewegen sich auf jeden Fall aleatorisch, was die Häufigkeit anbelangt. So, Niam. Wie sieht's aus? Kannst du mal irgendwas angreifen? Sieht irgendwie nicht so aus. Doch, den hier kann ich angreifen. Sehr gut. Vielleicht krieg ich den sogar weg. Yes! Gott sei Dank. Einer weniger, ey. Und immerhin stehen von uns noch einige. Boah. So. Welcher ist jetzt derjenige, der hier wenig hat? Das ist der da drüben. Komme ich da hin? Da lauf ich doch bestimmt wieder in irgendwas rein. So ätzend, sowas. Ey, der hat doch nicht einmal getroffen. Ne? Noch nicht einmal. So, diesmal muss ich nicht lange überlegen. Gott sei Dank. Sehr gut. Alter, ist er ausgewichen. Der läuft wieder zurück. Na gut. So. Benutzen. Gluck, 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 gluck. Ich finde das ganz cool, wie sich immer die Menge beschwert, wenn irgendjemand sich heilt. Meistens, wenn wir uns heilen, tatsächlich. Nicht, wenn der Gegner sich heilt. So, ich lasse jetzt diese Folge einfach so ein bisschen länger laufen. Jawoll. Aua. Jetzt greift er die Elfe an. Jetzt ist aber wirklich Schluss mit lustig. Das finde ich jetzt nicht mehr lustig, dass ich jetzt die Elfe angreife. So. Wieso ist der hier jetzt eigentlich... Hat der schon wieder Gift? Woher kommt das denn? Von der Tante wahrscheinlich, ne? Hervorragend. Eigentlich müsste das jetzt auch auf die Tante drauf. Und der weicht hier echt allem aus, ne? So, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, steigt er jetzt mit jedem Gegner, der fällt. Alter, ich konnte mich aber nicht entgiften, tatsächlich. Das ist ja unangenehm. So. Dieser Todesstoß ist irgendwie nicht so richtig geil. Oh ja. Das gefällt mir mehr. Und auch sie... Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich glaube, bei ihr wäre ich jetzt tatsächlich mal hier hinterlaufen. Und dann gehen wir jetzt zusammen auf diese Gradiatorin. Die hat jetzt nämlich auch nicht... Uh, der Sarge-Gruppel. Der ist gleich weg. Er braucht nur noch einmal angeguckt zu werden, dann ist er weg. Jetzt nämlich genau. Aber, wir haben ja schon wieder den zweiten Magier am Start. Und der macht mal hier so einen Balsam Salabunde. Boah, drei Wunden. Unangenehm. Und er hat einen Clarum Plurum noch nötig. So, hier bewegt sich einiges, aber das trifft niemanden leider. Balzmorgensterne. So, komme ich jetzt hier ohne Schaden zu nehmen durch? Das ist die große Frage. Ich könnte natürlich auch hier lang laufen. Das könnte aber sein, dass hier... Das ist sogar relativ wahrscheinlich, dass dort eine Falle ist. Das heißt, ich komme weder an den dran, noch an die... ...verdammte Gladiatorin. Das ist echt ätzend. So, pass auf. Der versperre ich jetzt einfach den Weg. Alter Schwede, ey. Boah. Der Karte liegt auch gleich wieder. Wenn wir nur diese Gladiatorin endlich mal wegkriegen würden. So. Sergeant Rumpel ist dran. Soll ich das nochmal mit dem Clarum Plurum versuchen? Oder soll ich mich lieber selbst teilen? Ich glaube, ich versuche das mit dem Clarum Plurum. Boah. Ich kriege mich nicht entgiftet. Das ist ja Wahnsinn. Immer noch Stufe 2. Alter Schwede. Sehr gut. Gott sei Dank konnten die den Zauberer nicht mehr wiederbeleben. Was mache ich denn jetzt? Ich bin echt gerade so ein bisschen ratlos teilweise. Eigentlich müsste Naurim mal dringend hier hin. Oder müsste mal irgendwie Heilzauber bekommen. Ich mache dem einfach mal einen Hexenspeichel. Gerade der Naurim, ne? Der muss immer die ganzen Heilzauber, die Schutzzauber bekommen. Ich habe letztens übrigens Weihnachten bei meinen Eltern. Wieder mal. Und war im Keller und habe dort meine alten DSA-Abenteuer gefunden. So Sternenschweif und Co. Hätte ich beinahe alle wieder mitgenommen. Ich hätte da so ein AD&D-Regelwerk. Aber kann ich denn irgendwas machen hier? Immerhin so einen kleinen Flammenstrahl. Jawohl. Ah, ich bin entgiftet. Gott sei Dank. So. Und nun... Muss ich echt mal gucken, dass ich mit der Niam hier Land gewinne. Immerhin. So ein bisschen haben wir den... Oh, das ist natürlich gut. Bewegt. Ach, komm jetzt nicht immer ausweichen. Das ist doch scheiße, sowas. Sehr gut. Er liegt. Juhu. Das hört aber wieder auf hier. Da hat er noch Naurim und den Zorberan auch noch mitgenommen. Bitte nicht. Ja, bitte nicht ist der richtige Ausdruck. So. Er hat sich ja gerade bewegt. Das heißt, es dauert jetzt wieder ein bisschen, bis der sich bewegt. Letztlich müsste er nicht hier durchlaufen können. Und direkt kann ich den Zwerg... Nee, angreifen kann ich ihn nicht. Dazu habe ich nichts. Doch, ich könnte ihn natürlich mit meinem... Mit dem hier einfach... Mit meinem Stab angreifen. Wieso darf ich das nicht? Ist der tot? Nee. Wieso darf ich den nicht angreifen? Finde ich ja doof. Achso, weil ich jetzt zu weit gelaufen bin, ich trotte. Naja. Soweit ich das mitbekommen habe, sind immer zwei am Zug. Und dann bewegen sich die... Die Türme hier. So, das ist natürlich jetzt riskant. Aber das mache ich jetzt trotzdem. Weil das ist einfach zu... Zu wichtig, dass ich... Oh, schön. Bitte fall hin. Dass die immer diesen... Diesen Sachen ausreichen können. Da fühle ich es unangenehm. So. Kriege ich den noch wiederbelebt? Ne. Ich habe keinen Mana mehr. Was haben wir denn noch im Gürtel? Dann sollte ich das mal nehmen. So, der muss da aufstehen. Jetzt bewegt sich... Der hier schon. Oh, gleich kriegen wir hier ganz schön auf die Mütze, glaube ich. Befürchte ich, befürchte ich. Ah, Gott sei Dank. Der geht in die andere Richtung. Haben wir nochmal Glück gehabt. Und bewegt die auch nur einmal. So, wen schießt... Aha! Jihihi. Äh, aha, 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 aha. So, ich muss jetzt... Hier eigentlich raus. Der Zwerg hat nicht mehr viel. Haben wir denn da genügend? Acht haben wir da nur. Das langt nicht. Das langt gar nicht. Was ich aber machen könnte, ist ihm... Und nochmal so einen kleinen Heilzauber zuzuleihen. Das könnte, ähm... Spielentscheidend sein. So. Jetzt... Haut zu! Haut zu! Jawoll! Wenn da mit Nierenbleich... Nierenbleich draufziehen, dann ist der vielleicht weg. Hat auch schon eine Wunde in seinem Bart. Oh, nee, der Rumpel hat jetzt ja 24. Das heißt, ich kann ja über den Zwerg drüber schießen. Es lohnt sich. Jawoll! Der Nächste ist weg. Und der hier hat wirklich Probleme mit dem... ähm... mit der... mit dem Gift. Was uns auch natürlich extrem zugute kommt. So. Wie sieht's eigentlich hier aus? Kann sie sich doch nochmal... vielleicht... einen Heiltrank genehmigen? Ich muss ja dringend hier die Leute wegziehen. Mal gucken, wie oft er sich jetzt bewegt. Einmal, noch nicht. Oh, nochmal. Alter Schwede! Na gut, Schnaurim käme hier sowieso nicht hin. So, dann können wir jetzt ja mit ihm uns mal hier fortbewegen. Besser ist das. So. Der müsste doch jetzt irgendwann nochmal Giftschaden bekommen. Der hat doch nicht mehr viel. Vier bis neun Punkte kriegt der. So, Sergeant Rumpel. Dem geht's auch schon wieder nicht mehr gut. Und deshalb... trinke ich den Trank. Naurim muss aufstehen. Und krieg gleich nochmal eine drauf, bestimmt. So. Niam. Kann ich jetzt hier durchlaufen? Oder muss ich hier auch zickzack laufen? Das ist die große Frage. Ich wage es nicht, sondern laufe zickzack. Weil hier bin ich einigermaßen sicher, dass da nichts ist. So. Sehr gut. Darum hat das überstanden. So, jetzt... Sag mal, wann kriegt der eigentlich seinen Giftschaden? Sehr merkwürdig. So, hier könnte ich jetzt immer näher kommen. Kann ich den schon angreifen? Ne, ich habe da sowieso keine Zauberenergie mehr. Der scheint aber nur noch hin und her zu laufen. Eventuell hat der nicht mal mehr... Ach, der hat schon auch seinen Schaden nochmal bekommen. Eventuell hat der auch gar keine Pfeile mehr und kann gar nicht mehr schießen. Das wäre natürlich ideal. Weil dann könnte ich mich jetzt so ein bisschen hier einfach nach oben heilen. Mit den Wunden mache ich das vielleicht auch nochmal. Dann kriege ich ja wenigstens ein bisschen Lebensenergie dazu. Und Astralenergie vor allen Dingen. So, du ziehst dich jetzt auch mal hier zurück, damit du nicht mehr so gefährdet bist. So. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt bin ich aber doch sehr erfreut und finde es gut, dass ich mich jetzt erstmal zurückziehen darf, um alles wieder aufzuladen. Auch unsere Tränke und so weiter. Vielleicht werde ich auch nochmal ein bisschen skillen, mal gucken. Takata hat es übel erwischt und den anderen geht es auch nicht mehr so wahnsinnig gut. Insgesamt haben wir uns aber ganz gut geschlagen und ich hoffe, dass die nächsten Kämpfe nicht noch schwerer werden, weil diese drei, die waren schon echt hart. Neun Kämpfe sind es, sollen es sein. Und sechs stehen auch noch bevor. Der dritte hat uns schon an, sag ich mal, an den Abgrund des Verderbens gebracht. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Bin gespannt. Bis dahin. Tschüss.